Hallo zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir von einem Rare hier im Schlund bekommen und zwar haben wir hier oben einen Rare, der schimpft sich Oropheser und die droppt ein Toy und zwar Orophesers Lyra und das wollen wir uns besorgen und dafür müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir ein Item looten und zwar ein Amulett. Dieses Amulett haben wir hier hinten und zwar etwa auf den Kandidaten 26, 27 und da staffe ich jetzt mal hin bzw. hier hat schon jemand das aufgemacht, oh ich wurde eingekettet, sehe ich gerade, das machen wir mal kurz weg. Hier hinten haben wir ein Amulett liegen, das können wir nämlich aufsammeln und jetzt müssen wir zurück zu dem Rare. Übrigens, ihr könnt das natürlich nur machen, wenn der Rare da ist, also sollte der bei euch hier nicht als Rare markiert sein, dann könnt ihr das halt leider auch nicht machen. Bei mir ist er jetzt gerade da und zwar ist das ein neutraler NPC und da sind drei andere Mobs außenrum. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier rangehen und das Item benutzen. Das Problem an der Geschichte ist, wenn ich hier rangehen will, ähm, äh gut jetzt, genau schlecht, wenn ich jetzt hier rangehen will, dann werde ich gesilenced und ich kann das hier nicht casten. Und wenn ich dann warte, bis der Silence weg ist und es casten will, dann silenced sie mich sofort nochmal. Wir müssen jetzt also abwarten, bis sie viermal gecastet hat und dann können wir reinlaufen und müssen schnell dieses Ding drücken. Eins, zwei, drei, vier, jetzt kann ich randrücken und jetzt muss ich schauen, dass ich schnell genug bin. Japp, das hat diesmal geklappt. Jetzt habe ich den Rare rausgeholt und, ähm, jetzt kann ich ihn tatsächlich auch angreifen, jetzt können wir ihn umklopfen. Das dauert wahrscheinlich bei mir als Guardian doch eine Weile und sobald er down ist, haben wir dann eine Chance auf das Toy. So, das sieht jetzt ganz gut aus. Rare haben wir umgeklopft, dann looten wir einmal rein und da ist auch das Toy. Bei WoW-Head steht, dass das Ding 78% hat. Ich vermute, dass es eher 100% hat und dass es vielleicht nicht nochmal dropft, wenn man es schon hat. Dementsprechend können wir uns das jetzt gleich mal angucken. Orypheus Lyra heißt das und das lernen wir jetzt einmal und gucken mal, was es hier macht. Benutzt singt 20 Sekundenlein ein Klagelied von Orofea, das Spielercharakter innerhalb von 10 Metern unkontrolliert weinen lässt. Achso, okay. Also wenn wir da jetzt andere Leute haben, dann können wir die zum Weinen bringen. Wir setzen es jetzt mal ein. Hier ist leider jetzt keiner mehr. Ich stehe jetzt dran und singe einfach ein Lied. Die Noten sehen wir. Besonderlich mehr passiert jetzt hier an der Stelle nicht. Wahrscheinlich, wenn jetzt hier andere außen rum stehen, dann würden die halt zum Weinen anfangen, wie bei vielen anderen Toys, die es gibt, wo dann zum Beispiel bei dem komischen Zug dieses Tut-Tut die ganze Zeit kommt. Ich denke mal, so wird das hier ähnlich funktionieren. Gut, das war es soweit von dem kleinen Toy-Guide. Ich zeige euch nochmal die Map. Also wir haben hier hinten bei 24, 21 einmal den Rare und hier unten, da haben wir dieses Item, dieses Amulett, was wir aufheben müssen und müssen dann einmal hier zurückgehen. Ich konnte den jetzt relativ easy auch Solo umhauen. Schwer ist der nicht. Es waren halt hier nur relativ viele Voids. Also wenn ihr schon das Auge vom Kerkermeister relativ weit hoch gebastelt habt, dann müsst ihr vielleicht ein bisschen aufpassen. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement-Guard. Ne, Toy-Guide, so rum. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.